So meine Lieben, wir kommen jetzt zu den wöchentlichen Lottozahlen. Nö, Quatsch, ne Moment. Wir haben jetzt hier die ganzen Einsendungen von der E-Mail für die Verlosung von der Freikarte und haben es hier in den Topf geschmissen. Und ich kann auch demonstrieren, dass es wirklich überall E-Mail-Adressen draufstehen. Zum Beispiel hier. Mach ich jetzt nicht. Ja, okay. Ich mach das der Wachzettel von der Liescher. Psst. Also nicht heißer als 40 Grad waschen. Ruhig sein, nehm ich. Jetzt auch wieder. Genau, schüttel mal durch. Und hier der Alte und der Neue. Ich schütt jetzt auch noch. Ich seh mal. Also jeder zieht jetzt eins. Soll ich mal anfangen? Ja, erst einmal schüttel ich das Selbstgefühl. So, das Ticket Nummer 1. Geht... Soll ich jetzt die E-Mail vorlesen? Ja, da haben wir ja einen Namen. Ah, ja. An Justus' Zimmer. Ticket Nummer 2. Da steht kein Name drauf. Ist das richtig? Ja. An demoketikides.jahoo.de Und Nummer 3. Nummer 3. Muss ich ziehen, genau. Petra Mayer von Hagen. Vom Hagen. Ja. Wir werden euch auf jeden Fall ein paar E-Mail nochmal zukommen lassen. Das ist auch auf Facebook veröffentlicht und die Karten. kommen dann ein paar Posts zu euch, dann machen wir das mit der Adresse über E-Mail und dann sagen wir Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt und wir freuen uns auf euch. Und wir sehen uns am 9.3. Tschüss!